Heute spiele ich mal wieder Subway Surfers und damit bin ich auch wieder zurück, euer Max. Und ja, ich würde sagen, ich spiele hier mal wieder mal eine Runde Subway Surfers. Habe ich mal länger nicht wieder gemacht und ich wurde wieder gefragt, ob ich es mal machen kann. Und dann habe ich mir gedacht, mach ich es einfach mal jetzt. Und ja, am Anfang sagt ich mir immer, aber lol. Lolololololol. Hat niemand Pfiff gesehen? Was ist das, ein Facebook-Gift? John Francis, ich habe keinen Facebook. Rates Up for Surfers. Dumm und Ask again. What right now? Okay. Update the app. Was geht hier ab? Was passiert hier denn? Nö, das mache ich jetzt nicht. Das mache ich jetzt nicht. Kann ich nachher machen. So, ich versuche mal wieder, meinen Highscore zu toppen. Lolololol. Ah, jetzt geht das. Huch, ich dachte gerade schon mal, irgendwer hat gerade die ganze Zeit nicht reagiert und das fand ich gerade irgendwie groß komisch. Jetzt hat er schon wieder nicht reagiert. Das heißt, irgendwie immer, wenn er so ein bisschen laggt, hier geht es einfach nicht. So, jetzt geht es, oder? Jetzt läuft es wieder flüssig. Sollte flüssig laufen. Also hoffe ich jetzt einfach mal. Ich weiß nicht genau, wie es in der Aufnahme ist, aber... Okay, das war mein Fehler. Das war blöd. Lieber sage ich mal einfach mal weiter. So, nach links, nach rechts. Und dann machen wir das Ganze wieder so. Mein Highscore liegt zwar nur bei 40.000, aber ich hatte mal auf dem Handy die App und da hatte ich irgendwie 2 Millionen oder so. Aber da hatte ich auch mal 30. Das ist, glaube ich, der... Hä? Das reagiert jetzt nicht. So dumm. Blöd. Nochmal. Nächster Versuch. Irgendwie ist es nicht ganz so einfach, das Ganze auf dem PC zu spielen. Auf dem Handy ist es wirklich deutlich leichter. Vielleicht sollte es ja wirklich demnächst mal einfach mal auf dem Handy spielen. Das wäre, glaube ich, zum Vorteil. Hier fliegt gerade irgendwas rum. Loll. Okay, ähm... Einmal ducken. Genau, nach links einfach... Das reagiert einfach nicht. Was? Was? You need one more K. Bei... Nö. Wieso habe ich da aufgedrückt? Bitte? Eigentlich habe ich da nicht draufgedrückt, aber was soll's. Egal. So, was ist... Wie sieht das denn hier aus? Oh Gott, das war mein Fehler. Das war dumm. Ich muss mich langsam irgendwie ein bisschen aufs Spiel konzentrieren. Fällt mir gerade so auf. Einmal bitte aufs Spiel konzentrieren. Dann geht alles wieder. So, jetzt läuft doch alles wieder flüssig. Das ist doch sehr gut. Ich weiß gerade gar nicht, wo man hier ist. Ich muss auf jeden Fall erst mal diese Daily Challenge wieder machen. So, hat sich ja nicht irgendwie großartig irgendwas verändert in dem Spiel? Weil ich hab's halt länger nicht gespielt. Ich hoffe mal nicht. Ne, da vorne schon ein... Hä, warum? Was soll das? Das nervt. Mann. Dann seht ihr, was soll das? Ich mach das jetzt so mit der Maus. Da kann man zwar nicht ganz so schnell reagieren, aber da reagiert er wenigstens. Mehr oder weniger. Aber man, auf dem PC ist das halt, glaube ich, nicht... Ich hab mir dafür gedacht, dieses Spiel, glaube ich. Ja, vielleicht spiel ich es auch mal demnächst einfach auf dem Handy. Dann muss ich mir das da vielleicht erstmal runterladen. Und da kann ich wirklich auf dem Handy mal spielen. So, so klappt das doch besser. Ähm, Sail. Segeln. Okay, in welcher... Wo bin ich denn? In welcher Stadt? Ist das hier? Äh, nö. Collect 2500 Coins. Da fehlen nur noch 120. Das hab ich ja bald. Da, dann immer lange. So. Ähm, genau. Was war das denn? War da grad so ein... Mann! Was soll denn das? Diese Tastatur mag ich nicht. Sonst funktioniert die doch immer so gut. Und jetzt bei dem Spiel aber nicht. Ich glaub, das Spiel ist wirklich nicht wirklich... Ich glaub, das Spiel ist nicht wirklich für den PC gedacht. Naja, was soll... Äh... Ernsthaft? Ganz ehrlich? Die wollen mich doch verarschen, oder? Was soll denn das? Ich probier mein Bestes und ich... Alter, was soll das? Ich mach das jetzt nur noch mit der Maus. Auf, wenn das ein bisschen aufwendiger ist. Mit der Maus das Ganze zu machen. Es klappt wenigstens. Jedenfalls mehr oder weniger. Jedenfalls besser, als wenn ich's mit den Fighters machen würde. Also... So geht's auf jeden Fall. Alter! Ich spiel das Spiel ab jetzt nur noch auf dem Handy. Das lege ich jetzt fest. Mann! Das geht aber nicht. Schon wieder nicht. Mann! Okay. Ich lege hiermit fest, dass ich's einfach auf dem Handy spielen werde, weil's da kein bisschen laggt. Und auch immer die Tasten reagieren. Wieso? Wieso? Ich drück doch irgendwo rauf bei sowas. Oder nicht? Oder doch. Ach, Mensch. Was soll's? Diese Folge werde ich noch am PC spielen, aber danach... Ich geb's auf. Am PC spiel ich das nicht mehr. So. Aber dann muss ich am Ende ja neu anfangen. Von vorne. Egal. Oh, da auch endlich mal nach ner gefühlten Ewigkeit das Aar. Mann. Collect 2500 Coins. Hätte ich schon mal die erste Aufgabe geschafft und dafür bekomm ich ne Mystery Box. Ach ja, genau. Dafür bekomm ich ja mal sechs. Das ist doch schön. Mal sechs nehm ich doch immer gerne mal. Nein, ich hab keinen Facebook. Mann. Ich werde auch in fünf Minuten kein Facebook haben, weil... Ja, ist halt so. Null. Jump, 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 jump. Nah links nach, rechts nach, vorne nach, links. Nach oben. Was muss ich denn jetzt machen für mal sieben? Use one hoverboard. Pick up fünf Magneten. Beat your own highscore. Na, das wird keiner was werden. Nein. Nein. Hä? Hab ich jetzt aber von vorne angefangen gedrückt oder was? Bitte? Hab ich nicht gemacht. Ernsthaft? Ernsthaft? Hm. Na, was soll's. Ich war eh nicht so gut gerade in dem Level. Beziehungsweise allgemein am PC. Mein Handy soll ich auf jeden Fall deutlich besser hinbekommen. So, nach rechts. Nach unten. Nach links. Nach oben. Nach rechts. Das war echt. Okay. So, nach links. Und da. Ah. Das I. So, dann machen wir das so. Nach links. Nach links. Und nach oben. Und nach rechts. Und nach rechts. Und nach unten. Und nach links. Und nach oben. Und nach geradeaus. Nach links. Und dann gehen wir wieder nach oben. Und ich bin schon... Ah! Oh nein, das hakt, das hakt, das hakt, das hakt. Und was soll ich denn machen, wenn das hakt? Da kann man einfach nichts machen. Und hoch. Ne. So kann man das nicht spielen. Das ist unmöglich so zu spielen. Das geht doch gar nicht. Unmöglich. So, nach unten. Perfekt. Nach oben. Perfekt. Nach links. Nach oben. Nach rechts. Gerade läuft wieder so ein bisschen. Aber nur so ein bisschen. Es läuft nicht wirklich, aber... Es läuft gerade wirklich so ein bisschen. Es leckt auch nicht mehr ein PC. Das ist das perfekte. Oh, das L. Geil. Hab ich das auch mal nach einer gefühlten Ewigkeit. So. Oh, Daily Challenge komplett. Und. So. Und so. Oh nein, das ist so ein paar Leck-Einbrüche. Gibt es hier die ganze Zeit so Frame-Einbrüche. Was soll denn das? Die habe ich gerade nicht so nötig. Die habe ich... What? Das muss man springen. Naja. Was soll's. Aber mal gucken, was wir drin haben. Wir haben drin ein... Fresh... Fresh... Stereo. Okay. Aber an dieser Stelle würde ich mir einfach sagen, das war's noch von mir. Wenn's euch gefallen hat, lasst doch einfach einen Daumen nach oben da, damit ihr seht's euch gefallen hat. Und ja, damit ihr nichts mehr auch von mir verpasst, abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Euer Max. Tschüss.